Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema Additiverfertigung und 3D-Druck beginnen oder ob Sie schon erfahrener Anwender sind. Vielleicht sind Sie auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, das perfekte 3D-Druck-Setup für Erfolg. Also jetzt müsste man natürlich ganz klar definieren, was ist überhaupt Erfolg und welche Bedingungen und zwar welches Setup steckt im Endeffekt dahinter. Also was ich im Sinne von Erfolg in Sachen 3D-Druck betrachte und definiere ist, ganz am Ende dieser Kette haben Sie mehr Geld in der Tasche oder Geld verdient, haben Sie viel Zeit eingespart und Sie haben die Innovationskraft in Ihrem Unternehmen gesteigert. Und das, was jetzt noch hinzukommt, ist, Sie haben Ihren Kolleginnen und Kollegen das Leben erleichtert, indem Sie Stress reduziert haben und zwar einen Haufen von Stress, den die Kollegen vielleicht noch gar nicht so sehr wahrnehmen, aber unterbewusst stört einen das komplett. Und das sehe ich als Erfolg im 3D-Druck. Nicht nur ein paar Kleinserien zu machen und ein bisschen was drucken, es gehört alles dazu, ist alles okay, seine Erkenntnisse doch zu haben, aber jeder Unternehmer und jeder Geschäftsführer, jeder Gesellschafter, jeder Inhaber möchte schlussendlich Zahlen auf dem Tisch haben und die ersten beiden Punkte können Sie toll messen, Zeit können Sie rückwärts wie vorwärts rechnen und Geld im Endeffekt auch, das ist wie in der Mathematik. Die Innovationskraft ist ein bisschen schwieriger zu definieren, das kann man erst nach einer bestimmten Zeit herausfinden. Aber was braucht man jetzt? Also das ist jetzt das Ziel, aber was ist denn die Bedingung dafür? Also welches Setup braucht man denn jetzt? Und da habe ich schon viel gesehen in der letzten Zeit. Zwar Kunden, die perfekt ausgestattet waren. Ich nenne sie zum Teil die Mr. Gadgets. Also die haben jedes kleinste Equipment, die haben vom Hersteller voll ausgestattete Maschinen, die haben das beste Werkzeug, die haben einen eigenen großen Bereich für das Thema 3D-Druck, zum Teil einen eigenen Gebäudekomplex mit Absaugung, mit Mitarbeitern, mit toll ausgestatteten PCs, mit der besten Software, alles was man sich nur vorstellen kann. Da wurde Geld investiert ohne Ende. Aber genau diese Unternehmen, die dann auch einen hohen Anspruch für Erfolg haben, weil sie sagen, wir haben ja alles. Wir haben verschiedene Technologien, wir haben verschiedene Nachbearbeitungsbereiche, wir sind top ausgebildet und genau die Unternehmen, das ist nicht bei allen so, die sind oft am erfolglosen. Die haben Misserfolg dabei. Die kommen nicht voran. Die Drucker stehen still. Die drucken Musterteile. Die setzen einfach nicht um. Die haben viele Technologien und die warten regelrecht darauf, bis jemand kommt und sagt, also ich hätte da mal so ein Bauteil und danach sind sie mega enttäuscht, wenn es ein ganz einfaches Bauteil ist, wo sie sich denken, das lohnt sich ja fast nicht zu drucken. Ihr Anwender, der dann aber kommt, der will das unbedingt haben und andererseits kommt vielleicht der Kollege oder eine ganze Abteilung vorbei, sie blühen total auf, weil sie jede Technologie zeigen und danach kommen nur komische Anwendungen, die vielleicht hochkomplex sind, die man vielleicht mit 3D-Druck machen könnte, aber eigentlich nicht machen sollte, wo sie einfach im Vorfeld wissen, das geht schief. Und sie es vielleicht trotzdem machen, weil sie sich denken, irgendwas müssen wir ja drucken, irgendwie müssen wir ja vorankommen. Die paar Kleinigkeiten, die wir dort machen, die reichen nicht aus. Und dann versuchen sie, das Ganze intern zu verkaufen. Also sie basteln sich so eine Präsentation und als ersten Schritt gehen die meisten dann immer vor, dass sie bestimmte Abteilungen per Teams einladen und dann sitzen sie dort komplett vorbereitet mit Musterteilen und mit einer tollen Präsentation, wo sie viel Zeit reingesteckt haben und sehr viel Energie. Und die meisten machen ihre Kamera in Teams oder in Zoom, wenn sie dort mit den Leuten sprechen, gar nicht erst an. Sie wissen nicht, hören die zu oder schneiden die nebenbei ihre Fußnägel oder essen die was und dann sind sie an dem Punkt und denken sich, hat da keiner eine Rückfrage. Alle tun es ab und sagen, ja ist cool, müsste man mal schauen, ob man da was machen kann. Wenn wir eine Anwendung haben, dann melden wir uns. Aber geile Technologie. Also, dann fragen sie sich wahrscheinlich auch, wo ist denn der ganze Hype? Wo ist denn diese Anfangseuphorie? Wo ist denn die Motivation dann hin? Und dann ist es nicht so, dass sie demotiviert sind, sondern sie haben einfach keine Motivation mehr. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sie das beste Setup haben und sagen, jetzt ist der Erfolg vorprogrammiert und sie haben die besten Anlagen und informieren sich auch täglich über die neuesten Trends im 3D-Druck. Aber unterbewusst sind sie total enttäuscht und fühlen sich dort vielleicht in ihrer Abteilung auch einsam, weil es nicht so anläuft, wie es eigentlich gedacht ist. Und das Schlimmste, was immer passieren kann, ist, wenn die Geschäftsleitung dann vorbeikommt mit irgendeinem Kontakt und sagt, wir machen hier was mit 3D-Druck und die Hälfte der Mannschaft sitzt hier nur rum, die ganzen Drucker laufen nicht, da bewegt sich einfach nicht so etwas wie, wenn man mit den Kunden oder Lieferanten von der Geschäftsleitung her durch die Montage oder durch die Fertigung läuft. Also, was braucht man jetzt für ein Setup? Was ist da jetzt notwendig? Ich glaube, Sie können es ein Stück weit rausspüren. Es fehlt einfach bei ganz vielen das Bewusstsein für 3D-Druck. Es ist nicht der richtige oder falsche Drucker, den Sie haben. Es ist die falsche Software, die Sie eingespielt haben im Kopf. Es ist der Blick auf die falschen Anwendungen. Es ist das Kommunizieren von falschen Botschaften in die Abteilungen. Es ist sich alles gefallen zu lassen. Es ist nicht ein Stück weit aufdringlich zu sein in der Abteilung und wirklich mal ein bisschen nachzubohren. Es ist sich das verarschen zu lassen von anderen Kollegen, weil man sagt, ist ja doch nicht so wichtig zum Schluss. Und vor allem ist es auch noch eines, und zwar, man sieht die wirklichen Anwendungen nicht, die im Unternehmen da sind. Weil ich habe was anderes als Erfolg definiert, wie manche Unternehmen, die mit dem Thema 3D-Druck beginnen. Manche wollen coole Teile machen. Manche wollen vielleicht schnell Bauteile machen. Manche wollen komplexe Bauteile machen. Aber worum geht es denn zum Schluss? Es geht darum, dass eine Kollegin oder ein Kollege bei Ihnen im Unternehmen ein Bauteil in der Hand hat und dann Lächeln im Gesicht hat. Weil es, und das ist dieses Bauteil, im Endeffekt Stress einspart oder Konflikte vermeidet oder Zeit und Geld spart und die Innovationskraft stärkt. Also, die Denk- und Herangehensweise ist ganz falsch. Also, Denk- und Herangehensweise ist ganz falsch. Man macht vieles einfach komplett anders, weil es all die anderen im Markt so vormachen. Man kann sich nur abheben und den Weg dort anders gehen, wenn man komplettes Gegenteil macht. Also, Sie müssen 3D-Druck zweckentfremden bei ganz vielen Anwendungen in Ihrem Unternehmen. Und vor allem müssen Sie das Bewusstsein schaffen, bei Ihnen selbst zuerst, damit Sie überhaupt überzeugen können, bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Abteilungen, dass das, was Sie hier auch nach außen geben, dass es auch normal ist, dass man das so macht und nicht die schwierigsten Anwendungen wieder zu Beginn sucht und wieder meint, allen es wieder beweisen zu müssen. Also, es geht nicht darum, noch mehr Wissen zu haben, sondern anwendbares Wissen aufzunehmen. Und das ist das beste Setup. Wenn das Setup bei Ihnen im Kopf stimmt oder bei den Kolleginnen und Kollegen im Kopf stimmt, dann können Sie auch mit dem einfachsten Drucker erfolgreich werden. Wir haben Kunden, die haben für die Beratung ja ihr größtes Budget ausgegeben, weil sie einfach wussten, mit der richtigen Denk- und Herangehensweise, mit uns gemeinsam, holen Sie diesen Betrag um das Doppelte oder Zehnfache zum Teil wieder rein, um sich dann als nächstes die noch größere Maschine zu kaufen. Und dann sage ich Ihnen eins, das haben die meistens gar nicht gemacht, dass die sich die nächste Maschine gekauft haben, weil die mit ihren, in Anführungszeichen, kleineren Druckern, die so bis zu 10.000, 25.000 Euro kosten, schon total weit gekommen sind. Die brauchen gar nicht mehr. Die sagen, um dieses Ziel zu erreichen, was wir uns am Anfang gesetzt haben, wo wir weit darüber hinaus geschossen sind, brauchen wir keine Spitzentechnologie, sondern können das mit dem Werkzeug 3D-Druck auf einfacher Basis hervorragend umsetzen. Also versuchen Sie nicht, jetzt die eierlegende Wollmilchsau zu finden im 3D-Druck, sondern gehen Sie eher den Schritt, dass Sie sagen, Sie müssen im Kopf mit der richtigen Denk- und Herangehensweise programmiert sein. Und wenn das einmal eingespielt ist in der Abteilung, bei bestimmten Schlüsselpositionen in den Unternehmen, dann funktioniert das danach auch. Also, es ist nahezu wie ein Gesetz, was wir herausgefunden haben. Wenn man diese Schritte geht, werden die Kunden bei uns deutlich erfolgreicher und das können sie auch, wenn sie nicht den Blick auf alles Schwierige und Teure lenken, was das Setup angeht, sondern erstmal den Willen haben, etwas zu verändern und die Veränderung sollte diesbezüglich erstmal bei Ihnen selbst vonstatten gehen, damit Sie eine ganz andere Sicht haben. Das ist so, wie wenn ich Ihnen eine Brille aufziehe, wo Sie deutlich mehr sehen, wo Sie viel klarer sehen, wo Sie Dinge sehen, die seither versteckt waren. Das ist wie, wenn Sie so ein Bilderspiel machen, das es ganz oft in so Kreuzworträtsel, Heftchen gibt, dass zwei Bilder nebeneinander sind und Sie müssen erkennen, was fehlt auf dem Bild. Das ist so eine Brille, wo Sie diese 15 Fehler, die dort angezeigt werden, sofort finden und auch sehen, was wir Ihnen mit 3D-Industrie in der Beratung mitgeben können. Also, wenn Sie sagen, das hat Sie jetzt getriggert, Sie wollen das richtige Setup nicht nur für die Abteilung haben in Form von Equipment, sondern auch das richtige Setup vom richtigen Mindset, von der richtigen Denk- und Herangehensweise, dann machen Sie den ersten Schritt, kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch, wir machen eine kurze Potenzialanalyse und Sie können bei dem Gespräch nur gewinnen. Sie können nur das richtige Mindset mitnehmen für die nächsten Schritte, die Sie dort gehen. Also, viel Spaß bei einer der nächsten Podcast-Folgen und danke, dass Sie bei dieser dabei waren.